Wussten Sie, was hier mal stand früher? Ich kann mich vorstellen, dass dort hinten das Haupttor war, dass da an der rechten Seite, da ist der Kanal, ja, das ganze Territorium im Lager direkt war ohne Bäume. Und da haben wir Stacheldraht, an der Ecke überall standen die Posten, mit Gewerden. 6 Uhr, dann wurde geschrien und geklopft und aufstehen, aufstehen und dann hatten wir eine halbe Stunde, um uns zu waschen und anzuziehen und dann war draußen Appell, da wurden die Kommandos abgerufen, denn da waren verschiedene Kommandos und dann marschierte man nach den Arbeitsstellen. Wir durften ja nicht sprechen mit den Leuten, aber die SS, die hat gesagt, das sind Engländer, die sind vom Flugzeug runtergesprungen. Wir waren ja keine Engländer, aber die haben das gesagt den Leuten immer. Da sind Engländer, die sind vom Flugzeug runtergekommen, aber wahr war es nicht. Wenn wir abends reinkamen, dann saß man etwas am Holztisch und Banken und dann redete man was, aber man war meistens so müde, dass wir, ich schätze so spätestens 10 Uhr rum, dass wir uns alle hinlegten. Bestimmte Zeit haben sie Licht ausgemacht und dann war Zeit zum Schlafen. Das war auch so, da in Lichterfelde. Man hat wie überall alle Leute haben die selber rechten, wir sind alle kleig. Aber der eine ist ein bisschen kleiner als der andere. Also sogar in Kassett hatten man Leute, der Aerts, der Fleker und die Leute, die in der Küche arbeiteten, und, und, und nicht, Stubenelterste, die waren alle ein bisschen kleiner als die anderen. Das war die Landwirtschaft. Das war jeder nationalität. Von welcher Seite, von welcher Stadt. In Kärkow, Kiew, Odessa, Franck, die in der Küche. Das war die Landwirtschaft. Ich weiß nicht, dass es nicht möglich ist. Wenn wir nicht ein paar Schatten machen, was schon bei uns. Hunde sind Hunde und wenn ich verstecke, die finden mir gleich. Ich habe keine Chance. Ich bin froh, dass die Zeit vorbei ist. Und ich spreche sonst nicht mit niemandem über die Zeit, weil es gibt ja wieder Nazi, viele Nazi gibt es. Ich bin froh, dass die Zeit vorbei ist. Ich bin froh, dass die Zeit vorbei ist. Ich bin froh, dass die Zeit vorbei ist.